Haga Ready – Ihr digitaler Assistent. How-to – Änderung der elektrischen Struktur. Wählen Sie zunächst ein vorhandenes Projekt aus oder legen Sie ein neues Projekt an. Klicken Sie auf den Reiter Zähleranlagen und Verteiler und dann auf die Schaltfläche Verteilerbestückung ändern. Wählen Sie jetzt den Reiter Struktur aus, um in die Strukturansicht zu gelangen. Hier können die elektrischen Verbraucher ausgewählt und verschoben werden. Mithilfe der Pfeilsymbole verschieben Sie die elektrischen Verbraucher auf der gleichen Ebene nach unten oder oben. Entsprechend können die elektrischen Verbraucher auch mit den Pfeiltasten nach links und rechts in tiefere oder höhere Ebenen verschoben werden. Das war's auch schon. So einfach ändern Sie die Struktur der elektrischen Verbraucher in Haga Ready.